Okay, okay. Bist du bereit? Ja, ja. Hallo, herzlich willkommen. Halt die Schnauzeig. Mir war voll lieb, aber da war es nur einer, der hat mich die ganze Zeit angesneakt. Ich fand das voll witzig. Ja, ja. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit Wumstoggy und wir spielen Syndicate Games. Er nimmt auch auf. Ja, genau. Hallo Leute. Und ich würd sagen... Ich würd sagen, wir machen ein Best of Five. Nee, ein Best of Two. Best of Three, wer es nicht kennt, wer zweimal gewinnt, hat gewonnen. Ach, du hast mich ja schon herausgefallen. Okay, akzept. Ja, nehm an, die Minuten ticken. Okay. Bisschen unequipped, so wie ich's mir denke. So, Leute, ich hoffe, die Audio stimmt und er ist nicht zu leise oder ich bin nicht zu leise. Also, dass wir ungefähr gleich laut sind, das wär natürlich perfekt. Entschuldig, wenn's nicht so ist, aber naja, ich bin noch Anfänger auf YouTube, ne? Ja, genau. Ne, mit dem Aufnahmeprogramm. Ja, ich mein, hallo, ich mein, guck dich an, Marek. Du bist einfach der Boss. Was bin ich, ein Horst? Ne, der Boss. Achso. Du willst nicht gerechnet, ne? Dass ich dir so'n Lob gebe. Ne, eigentlich nicht. Der Boss, der Opfer, ne? Wolltest du sagen. Ja, genau. So. Und... Ich find wieder mal keine Kisten. Aber das ist ja kein Problem. Hä, bist du dumm? Ne. Achso, ja. Okay. Ich weiß nämlich schon, wo du bist. Echt? Ja, ich auch. Oh! Fuck! Nein! Uh, Marek. Das sieht aber bitter für dich aus. Nein! Uh, Titi. Mhm. Tja, Marek. Ich hab grad im Video meine Zunge rausgestreckt. Ja, das mach ich auch immer. Hä? Ich beiße immer so, wie so'n Kruppels auf meine Zunge. Irgendwie wie so'ne Behinderung. Und mein Bruder hat das zum Beispiel. Wieder hab sieben. Halt zum... Ja. Wieder hab sieben. Wie du einfach gemein zu mir bist. Okay. Na, ich nehm eh eh so lang auf, bis ich gewinne, ne? Ja, toll. Jetzt erzähl dir da eine Geschichte, die jeden interessiert. So, also. Ich beiß auch immer so auf meine Zunge, wenn ich mich konzentrieren muss. Aber manchmal streck ich sie auch raus. Und mein Bruder zum Beispiel, der beißt immer... Also der legt sie immer so auf die Backe. Also immer... Mh... So, also... Er nimmt sie einfach raus und legt sie auf die Backe. Nein! Nein! Aber ich mein so, in der Innenhöhle von der Backe streckt er sie so rein. Und dann beißt er da immer drauf. Deswegen hat er da manchmal schon solche Narben. Hä? Was? Wie kommt die Zunge von ihm in seine Innenhöhle in die Backe rein? Nein! Ich mein da so... Das ist aber so gesagt. Wie nennt man das denn? Das Innere von der Backe halt. Weißt du, du hast so ne Backe von außen und dann von innen. Eine Backe, du weißt schon was so ne Backe ist. Die Backe-Innentasche oder so. Das heißt Wange, Backe ist äh... was anderes. Ach ja, da mein ich Wange. Die Wangen-Innen-Ding da. Meine ich. Oh, yo, Alter. Hast du ein Schwert? Mh, ja. Soll ich dir das glauben? Oder doch nicht. Man weiß es nicht. Doch, du hast ein Schwert. Man muss es nur herausfinden. Hä, wo bist du? Du siehst mich, ne? Vielleicht. Vielleicht sehe ich dich auch nicht. Oh, ich hab Angst. Ich hab Angst. Jetzt tu nicht so. Hä, wirklich. Ich guck grad in mein Face und weine. Hä, wo bist du denn? Ich bin da, wo du bist. Nur nicht da, wo ich bin, bist du auch. Oh, du hast die Enderperlen genommen, jetzt weißt du wo ich bin. Oh, ich bin auch so dumm. Ich lauf in deinem Spawn rum. Hä, was sag ich das? Hä? Hä? Siehst du mich? Hä? Nee, nee, aber vielleicht doch. Man weiß nicht. Junge, sei leise. Nee, nee, nee. Ich will nicht verlieren jetzt in der zweiten Runde. Ja, aber das ist halt Schicksal. Da kann ich dann auch nichts für. Dann wollte es das Schicksal so, dass du verlierst und ich gewinne. Ja, wo bist du jetzt? Gib mir einen Tipp, komm schon. Aber nicht als die richtigen, weil die Map ist schon größer, deswegen. Okay. Möchte ich einfach töten. Ich hab die Map genommen, weil ich früher immer so gerne in den Zirkus gehen wollte. Also, Zaubertisch. Was für Zaubertisch? Gibt's einen Verzauberungstisch? Das ist schon ein fetter Tipp. Da bist du. Ich weiß auch nicht, wo der ist. Fette, fette, fette. Doch, ich bin am Verzauberungstisch. Hä? Willst du mich verarschen? Was glaubst du, ich bleib da stehen, bis du kommst, oder was? Oh, Junge. In der aktuellen Situation war ich dort. Okay, wo bist du jetzt? Ich bin jetzt. Alter, du redest nicht. Wo bist du? Ja, Mann, ich hab vielleicht doch doch kein Schwert. Ja, egal. Ich auch nicht. Oh, da ist er mit der Enderperle. Uh. Junge. Was? Wo bist du? Hä? Du sparst die, du hast also doch Enderperlen. Fuck. Geh weg. Hau ab. Ja, wo bist du? Ach da. Hau ab. Ja. Okay. Bad game. Naja. Okay, jetzt steht's 1-1. Du hast keine Chance. Keine Chance. Du hast einfach keine Chance, Alter. Gegen dich. Ist das jetzt gerade dein Ernst? Ja, okay. Gegen dich keine Chance, Alter. Ja, okay. Hallo, ich wollte ja auch, wenn ich Hex an habe, wird's schwer, ne? Ja. Aber nur ein bisschen. Okay. Okay, wo bist du? So, ich bin dran. Hm. Ist das neu? Ich weiß gar nicht. Ich muss sagen... Ich dachte, das wäre Cave. Oh, ich habe Eisen. Oh, ich habe dir. Ich schwör auf Koran. Äh, wo spawnst du? Weil ich will mal wissen, was das für eine Map ist. Weil ich spawn an so einem Steg, also nicht auf so einem Boot oder so. Spawnst du auf einem Boot oder? Nee, ich spawn auf keinem Boot. Ich bin in irgendeiner komischen Höhle gespawnt, keine Ahnung. Hä? Das wäre ja voll unlogisch. Ja, keine Ahnung. Das wäre richtig komisch. Das heißt jetzt aber nicht, dass du mich deshalb irgendwie... Hä? Hä, wo bist du? Och maaa. Junge. Lach nicht. Okay. Okay, 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 okay. Okay. Guck mal, wie gemein du gleich zu mir bist. Ja, wenn du lachst, denke ich, dass du mich verarschst. Naja, ich sag mal so. Da habe ich schon die Wahrheit gesagt, aber... Wer weiß, ob ich dich nicht gesehen habe. Und nicht deswegen gelacht habe. Oh, okay. Okay. Jetzt wirst du sterben. Ja, was, okay. Jetzt wirst du sterben. Jetzt wirst du sterben, Marek. Du wirst... Ja, finde mich. Ich habe dich vorhin schon gesehen, weil ich aufs Schiff gegangen bin, du Schlauie. Auf das Große? Ja, auf das Rote bin ich gegangen. Hä, auf das Große habe ich gesagt. Ja. Es gibt ja nur eins. Ja, eben. Es gibt ja nur ein Schiff. Auf das Rote, große Schiff. Du warst auf dem Schiff. Ja, sag, ob ich immer noch oben bin. Was hast du da gemacht? Da habe ich... Was hast du da gemacht? Da habe ich Party gemacht. Plätzchen gebacken. Ich sehe dich. Hi. Hi. Alles klar bei dir? Ja. Wollen wir kämpfen? Vielleicht. Ne, eigentlich nicht. Ich habe auch kein Schwert noch. Hallo, in Minekraft der Bautmann. Du hast ein Schwert, das weiß ich. Nein! Es hat geleckt. Stopp. Spielstopp. 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 Ja, dann direkt nochmal und geh. 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 Spielstopp. Geh. Ne, ich geh nicht. Geh. Spielstopp. Spielstopp. Ja, dann geh. Nein, ich weiß, dass du mich jetzt hinten wirst. Dann geh weg von mir. Dann geh weg. Ja, ich geh weg. Nein. Nein. GG. Tja, ich wusste es doch. Jeder normale Spieler wäre weggegangen. Bad Game. Was soll das jetzt? Moment, ich muss jetzt hier mein Disco Light aktivieren. Ich habe gewonnen, Leute. Tschüss, Leute, tschüss. Ich habe keinen Bock mehr auf ihn. Tschüss. Tschüss. Schaut bei Bums vorbei, ne? Ich glaube, es hat euch gefallen. Und schaut auch bei Marek vorbei. Moment. Leute, das ist mein Siegerlicht. Leute, das ist mein Siegerlicht. Leute, das ist mein Siegerlicht. Wow. Ihr wisst es nicht, ich habe jetzt ein komplett neues Equipment und habe hier unten auch voll die LEDs und so, deswegen leuchtet mein Zimmer immer so schön und Marek hat das nicht, deswegen ist er neidisch auf mich. tschüss. 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 Vergesst nicht zu bewerten, Leute, ne? Genau. Vergesst nicht zu bewerten, denn dann seid ihr richtig cool. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.